Easy, Easy, EasyZip So extrahieren Sie mehrteilige Raddateien online. Gehen Sie zu EasyZip.com, klicken Sie auf Entpacken, Sonstiges und navigieren Sie dann zu mehrteilige Raddateien online extrahieren. Klicken Sie auf zum extrahieren Raddateien auswählen, um die Dateiauswahl zu öffnen. Oder ziehen Sie die Raddateien direkt bei Drag & Drop auf EasyZip. Achten Sie darauf, alle Teile auszuwählen, da die Extraktion sonst fehlschlägt. Die Dateiextraktion wird gestartet und der Inhalt der Raddatei wird aufgelistet, sobald sie abgeschlossen ist. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Vorschau, um sie direkt im Browser zu öffnen. Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Speichern bei den einzelnen Dateien, um sie in Ihrem ausgewählten Zielordner zu speichern. So einfach ist das. Ich hoffe das hilft, bitte auf das Logo klicken und abonnieren. Es würde uns viel bedeuten. Easy, easy, easy.